Genau in diesem Moment befinden sich alle meine Mods im Discord-Channel, beziehungsweise alle, die Zeit hatten. Und gleich werden wir antreten um genau 1000 Euro in einem Hide-and-Seek, wo Dominik und ich die Searcher sind. Das Ganze wird in mehreren Runden gespielt. Wer es jetzt halt übrig bleibt, bekommt 1000 Euro. In dem Sinne, let's go. All right, Freunde, die erste Runde beginnt. Wir sind 10 Teilnehmer, 10 Leute, die gefunden werden können. Wenn wir 5 Leute finden, gehen wir in Runde 2. Let's go, Ritzman. Bist du ready? Ich bin ready, ich bin equipped. Let's fucking go. Okay, let's go. All right, die Leute haben jetzt 20 Sekunden Zeit, um sich zu verstecken. Und dann geht's los. Bleibt einfach hier unten. Und wenn ihr aus dem Haus geht, geht's rein. Also wenn diese Kiste noch hier oben drüber wäre, wäre halt insane. All right, Ritzman, let's go. Oh shit. Lass uns das quick and dirty machen, okay? Wo ist der Ausgang überhaupt? Hier hinter dir, Bruder. Bro, guck mal, da oben waren die letztes Mal. Ich schau mal hier oben auf dieser Brücke. Ja, hier oben safe ist irgendjemand. 100 pro. Ja, irgendwie. Guck mal hier oben. Oh, die sind krass geworden. Scheiße. Da oben, da oben, da oben, da oben. 100%ig da oben. Schau hier bei der Brücke. Hä? Als ob die hier nicht sind. Oh, oh, hier bei mir. Irgendwo hier. Hier, hier, hier bei mir. Ich hab, ich hab, ich hab. Boom. Oh nein. Nico ist down. Nico. Nico ist down. Der war das? Okay, easy. Let's go. Oh, hier ist einer hier. Hab hinten, Marco, die Muschel. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Jetzt ist eine Flasche. Okay, okay. Oh mein Gott, ich bin, ich war suck. Weißt du, wo, wo, wo der hin ist? Fuck. Nein, nein, nein. Nice, schön, let's go. Hab ihn, hab ihn. Impact, Digga. Joa, schade, ne? Ich imagine, du verlierst einfach 1000 Euro, weil du einfach schlecht bist. Spamst du auch so random die Kartoffeln einfach die ganze Zeit? Welche, ne, ich spam hier gerade die Melonen oder was das ist. Wachsen Melonen an Bäumen? Bro, I don't fucking know. Okay, wir müssen mehr das Hähnchen usen. Holy shit. Ich use es die ganze Zeit, bro. Fuck, da war einer, oder? Da war einer. Ne, war ein Geist. Ich habe das Gefühl, irgendwer ist halt hier so eine Kokosnuss, die hier oben hängt. Oh mein Gott. Jesus Christ. Du warst es, bro. Ich dachte gerade. Bro, it's impossible. Holy shit, wir haben jetzt einen Guy. Hab Ausschlag, hab Ausschlag. Okay, schön. Oh, oh. Oh, oh. Er hat mir die Zeit aufgeschossen. Das ist Eis, das ist Eis, das ist Eis. Nein, er hat's doch gerafft. Schön, Ritzmann, stark. Dicker, wir haben 60 Sekunden, müssen noch zwei Leute finden. Ich glaube, ich habe vorher im Discord gehört, die meinten so, ey, sollen wir das machen oder nicht? Ich glaube, es gibt hier so ein OP-Versteck. Oh nein. Oh, man hat hier. Das Boot. Ah, na, man. Ja, das war wieder ein Bait. Hier, hier, hier hat er ausgeschlagen. Das hat hier einmal kurz ausgeschlagen. Ich glaube, hier oben, um ehrlich zu sein. Okay, dann ballern jetzt nach oben. Hier, schlägt auch raus bei mir. Ich habe eine Flasche. Hier bei mir, hier bei mir. Kommst du klar? Ja. Wie geht der? Ab, ah, hier. Ich habe meine Kartoffeln auf Cooldom. Same. Nice, nice, schön, let's go. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Das war eh der Schweizer, der hat eh genug Money. Okay, Dominik und ich haben es nur geschafft, vier Leute zu finden. Deswegen kommen jetzt sechs Leute in Runde zwei. Strong. Sehr, sehr strong. Krass, krass, krass. Robin, ich sage ehrlich, weißt du, wer Fünfer auf der Straße liegen lässt, der hat es auch anders nicht verdient, dann noch am Ende gefunden zu werden. Nein, Freunde, Runde zwei. Es haben sechs Leute überlebt. Wir müssen jetzt im besten Fall drei Leute finden. Das sollte machbar sein. Wir befinden uns auf einer wunderschönen, süßen Schneemap. Kenn ich die Map überhaupt? Ich überlege gerade. Sorry, ich bin ja gerade voll in die Anbote reingefahren. Frech. Okay, Freunde, die Leute sind wieder gerade sich am Verstecken. War das ein deutscher Satz? I don't know. Und in zehn Sekunden geht es los. Okay, dann nehmen wir einfach die hier. Boom, let's go. Okay, nice. Uff, uff, uff. Mal schauen, ob das was wird. Drei, zwei, eins. Let's go. All right. Oh mein Gott, es ist die jetzt hier so ein Haus. Oh, hier ist die, hier ist die. Hier steckt sie ja jetzt aus. Ich gehe oben gucken, ich gehe oben gucken. Was nicht? Vielleicht hier bei den Büchern. Hier bei mir. Nice. Fuck, dude. Let's go. Sehr starker Start. Vielleicht haben die sich alle relativ nah versteckt, weißt du? Ich meine, das wäre schon smart. Ja, das ist die Taktik so, ja. Also, es wäre smart, aber irgendwie auch nicht smart, weißt du? Schwierig. Die können uns halt nicht predikten. Wir sind halt auch psychisch sehr am Outplayen. Wir sind psychisch auch echt am Ende auch, ein Stück weit. Ja, das ist auch, das ist auch. Das ist unsere Stärke, Kevin. Boah, hier sind halt so mega viele Sachen auf diesem Chef. Das sieht nicht so aus, als wäre es ursprünglich so. Er läuft einfach vorbei an Marconius. Er läuft wirklich an den Schiffen. Er schießt ja direkt drauf. Ich bin auch gerade schon draußen unterwegs. Hier sind halt viel mit den Dächern und so. Oh, ja. Und Lampen und so, ne? Hier ist viel. Ja, ja. Ich gehe mal auch nach oben. Oh, haben einen Ausschlag. Oh, nein. Ich würde auf Jürgen ein Ding schmissen. Ja, oh, also. Aber not sure. Hier schlägt das Hühnchen nicht aus. Da muss es auf dem Dach wahrscheinlich sein. Warte mal, ich muss mal hier mein Hühnchen so ein bisschen wegprügeln. Hier bei mir, ich auch, ich habe auch einen. Hier, da muss einer sein irgendwo. Nein, ich will nicht. Ich habe zu mir nicht auf Ehe. Fuck, er hat sich weggeportet. Ey, du kannst sonst zu mir kommen. Ich habe hier einen Ausschlag, Dominik. Schön, shoot, 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 shoot. Aber nice try, nice try. Hier bei mir ist der Letzte, den wir brauchen. Oh mein Gott. Wo, wo? Hier bei mir, hier, 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 hier in der Ecke irgendwo. Könnte auch drinnen sein. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo so einen drinnen gibt oder vielleicht oben. Nein. Guck mal, hier oben. Will dir nicht. Das ist Hühnchen. Geht weg von mir. Wir können mich da jetzt nicht so fokussen. Ich will, die lassen sich wieder einen weg, weil wir die nicht finden und es so obvious ist. Hier in der Ecke, ich habe ihn. 100%ig ist das Ding. Ja. Ja, 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 hier in der Ecke. Es hat sich wegterapodiert. Nein, 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 der schlitten, der schlitten. Okay, okay, wir dran. Die Leiter. Nee, der war mein. Oh, ich sehe nichts. Der schlitten. Ich bin in der Bubble. Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Oh. No way. No way. Oh mein Gott. No way. Oh, das Chicken hat da ausgestattet. Ich glaube, ich bin safe. Oh mein Gott, bro. Als ob er weggekommen ist. Holy shit. Das ist nicht passiert jetzt, man. Oh, Hühnchen schlägt dir immer noch aus. Okay, ich komme auch. Nein, let's go. Nein. Oh no. Ich dachte nicht aus. Ey, nee. All right, Runde zwei ist vorbei. Wir kommen zu Runde drei, dem Finale. Wer jetzt als letztes übrig bleibt, bekommt 1000 Euro. Was ist eure beste Hexenlache, die ihr machen könnt? Weiß nicht. Fängst du mal an, bitte. Boah, das ist schon strong. Stark. Ich würde ganz gerne Savis hören. Savi, wie ist deine? Ja. Ja. Oh mein Gott, dude. All right, auf in die Finalrunde. Let's go, dude. Wir sind jetzt auf dieser Bot-Map hier. Die ist eigentlich auch ganz cute. Jetzt, wann, kennst du das? Manchmal leckt der PC so. Kennst du das? Ich hatte einen sehr, sehr schlechten PC früher. Ja, kenn ich. Das würde dir nicht passieren, wenn du dir deinen PC einfach bei NZXT geholt hättest. Weil da kannst du nämlich einfach einstellen, was du haben willst. Und du siehst vorher schon, wie viel FPS du haben wirst. Crazy, oder? Das ist geil, Mann. Ja, safe. Freunde, also wenn ihr irgendeinen PC braucht oder ein neues Streaming-Mail, die haben auch ein richtig nice Streaming-Mail, dann checkt einfach mal NZXT aus. Die haben alles, was ihr braucht. Ihr könnt da eure eigenen PCs zusammenstellen. Es gibt Pre-Build-PCs. Und wie gesagt, auch neuerdings sehr, 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 sehr geile Mikrofone, gerade für Streaming und YouTube. Also schaut da vorbei. Erster Link in der Beschreibung. Und jetzt zurück zum Suchen, Rätsmann. Wir müssen diese zwei Atzen finden. Bro, ich hatte hier gerade schon einen Ausschlag vom Chicken. Mhm. Aber jetzt ist es weg. Ah doch, nee, ich habe immer noch einen Ausschlag. Okay, soll ich zu dir kommen? Ja, komm mal. Irgendwo an dieser Bank hier. Was auch krass, Strongware. Ja, wenn jetzt hier langsam alle kommen und ich gehe dann einfach instant. Okay, okay, scheiße. Ich glaube, jetzt hat er mich. Hier ist Ausschlag. Bro, es sitzt wieder einer in den Baum. Ich sag's dir. Oh, oh, hier, hier, hier. Hier fliegt jemand. Hier, hier, hier rollt ne Tomate. Scheiße, 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 scheiße. Boom! Alright, let's go. Alright, let's go. Wir haben den ersten von drei. Okay, es sind noch Rien und Sammy dabei. Okay, einer von beiden wird 1000 Euro gewinnen. Holy shit. Einer von beiden will 1000 Euro reicher sein gleich. Ich hoffe nicht, Sammy. Same. Weil Sammy macht mit Abstand die schlechtesten Jokes auf Erden. Neben mir selber. Puh. In mein scheiß Herz. Nee, okay, ich hatte es nicht ausgeschlagen. Ich hätte gedacht, dass die hier sind. Wisst ihr was, scheiß drauf. Ich renne jetzt einfach als Hexe rum. Fuck it. Ich weiß nicht, was wärst du, wenn du dich verstecken würdest? Ne Tomate oder so? Ja, ich denke mal. Obwohl, ich würde da gehen. Bro, Bro, hier, hier, hier. Scheiße, scheiße. Komm, ich komm, ich komm. Mom, Mom. Auf dem Dach, hier ist eine Hexe. Ich komm, ich komm. Ich hab, ich hab, ich hab. Ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Ein Hitballer noch. Erste Herzen verwandelt. Ja, ich hab ihn. Hier bei mir, hier bei mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Name ist so ernst. Stopp. Ich check's gar nicht. Wait, what? Let's go. Oh, fuck, man. Oh mein Gott, wir haben's. Alright, let's go. Was genau war das für eine Strap, die du da gemacht hast, Sammy? Eine ziemlich beschissene auf jeden Fall. Reen, herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Du kriegst 1000 Euro. Ich hab gehört, den Mann ist halbe halbe. Dankeschön, dankeschön. Was machst du mit dem Geld? Bisschen saufen, denk ich mal, ne? Nice, perfekt. Alright, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.